Herzlich willkommen bei VideoWissen. Bei der bundesweiten Lehrerfortbildung im Haus der Astronomie, gefördert durch die Wilhelm und Else Herreus Stiftung, hat Norbert Fiseni vorgetragen. Es geht um das Thema Bestimmen der Hubble-Konstante mit Super-Norway für Schüler. Viel Spaß dabei. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Norbert Fiseni. Ich komme vom Johannes-Gymnasium. Das Logo sehen Sie da oben rechts aus Lahnstein. Direkt an der Lahnmündung in den Rhein gelegen. Für astronomische Beobachtung ein denkbar ungeeigneter Ort. Wie man sich vorstellen kann, Koblenz ist nicht weit. Und auch nach Süden haben wir einfach die Stadt vor uns liegend. Von daher ist das für uns ein denkbar schlechter Beobachtungsort. An unserer Schule gibt es auch keinen klassischen Astronomieunterricht in Rheinland-Pfalz. Aber wir haben das Privileg, weil wir eine Privatschule sind, dass wir ein naturwissenschaftliches Wahlfach eingerichtet haben. Da können die Schüler in der 9 und 10 über drei Wochenstunden lang eben auch ein halbes Jahr Astronomie betreiben. Und es gibt seit vielen Jahren eine Astronomie AG, die ich leite. Und das Projekt, was ich jetzt hier vorstelle, das ist aus der Astronomie AG hervorgegangen. Das sind anfangs drei Schüler gewesen, nachher ein Schüler, die mit diesem Projekt bis in den Bundeswettbewerb bei Jugend forscht auch gelangt sind. Und der Max hat damit den dritten Platz belegt in Physik. Ja, das Bild hat man in veränderter Weise ja heute schon mal gesehen. Für uns war Ausgangspunkt in der Astronomie AG, wir suchten gerade mal wieder nach einem Thema, womit wir uns intensiver auseinandersetzen könnten, wo vielleicht nicht nur Astrofotografie dran hängt. Und wir nutzen seit vielen Jahren die Sternwarte, der ehemalige Sternwarte der Uni Bonn in der Eifel gelegen, auf dem Hohen List, die von der Uni Bonn 2012 aufgegeben wurde. Aber ehemalige Mitarbeiter, deren Herz an dieser Sternwarte hängt, die haben sich zumindest darum gekümmert, dass eines der Teleskope, nämlich ein 1-Meter-Teleskop, noch weiter betrieben werden konnte. Und an dem und an unserem eigenen Teleskop, zeige ich, kommt nachher auch gleich, können wir arbeiten. Wir haben in einem der Türme, das ist einer der Türme, wo die Instrumente verkauft worden waren, jetzt unser eigenes Instrument aufgebaut und haben damit auch einige der Beobachtungen hier gemacht. Ja, Ausgangspunkt war wirklich auch BD Geuze im Orion für uns, die Abnahme der Helligkeit. Da kam das Thema Supernovae auf und später kam dann noch hinzu, ob man nicht damit irgendwie die Hubble-Konstante bestimmen könnte. Da hatte ein Schüler dann auch später nochmal so einen Podcast hier unter SWR 2 gesehen. Da war heute Vormittag in dem ersten Vortrag ja auch einiges von zu hören. Das war die Motivation. Ja, wir haben angefangen und haben im Prinzip mit unserem Teleskop, mit dem 1-Meter-Teleskop, der AVV, um der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel, mal probiert, Supernovae aufzunehmen hier in der Galaxie IC 3322a. Das ist ein nicht bearbeitetes Bild. Ja, wir haben oft die FITs genommen, um die Helligkeiten dann exakt so aus den unbearbeiteten Bildern dann bestimmen zu können. Was haben wir zur Beobachtung genommen? Hier links zu sehen ist unser 16 Zoll Richer-Cretien-Teleskop. Dann haben wir hier das 1-Meter-Teleskop von der AVV. Und manchmal, weil der Weg von unserer Schule zum Hohen List doch immer 75 Kilometer sind, und das ist zumindest für die jüngeren Schüler der Astro AG doch ein bisschen aufwendig, haben wir das Privileg gehabt, dass einer der Mitarbeiter der AVV oder der Mitglieder der AVV, der Herr Miller, der hat zu Hause auch noch eine kleine Sternwarte und hat dann einen Teil der Beobachtungen, die er dann gemacht hat, mit uns gemeinsam gemacht. Und wir sind dann über TeamView zugeschaltet gewesen, haben die Beobachtungsaufträge dann eingegeben und so weiter und so fort. Ja, trotzdem können Sie sich vorstellen, die Eifel ist jetzt nicht unbedingt als Schönwettergebiet ausgeschrieben. Warmer, um eine Lichtkurve für eine Supernovae zu bestimmen, für eine Supernovae zu bestimmen, braucht man doch einige Tage gutes Wetter, möglichst hintereinander. Und deshalb wäre das Vorgehen im Prinzip nicht möglich gewesen, wenn wir nicht Zugriff auf die Volkesteleskope, also auf das LCO-Netzwerk gehabt hätten. Das sehen wir hier rechts eines auf Hawaii. Da haben wir hier über die Caroline Niefke mal einen Zugang zu bekommen. Und den haben wir auch schon für viele Sachen genutzt. Wir haben so eine Asteroidengeschichte mal gemacht und jetzt eben relativ viele Beobachtungsaufträge jetzt eingegeben, sowohl im visuellen Bereich als auch im spektroskopischen Bereich, wo wir die Teleskope genutzt haben. Ja, wenn man die Hubble-Konstante bestimmen möchte, dann braucht man zunächst einmal Gewissheit, dass es sich bei der Supernova um eine Supernova vom Typ 1a handelt. Das haben wir manchmal auch schmerzlich erfahren, dass das nicht immer sofort gelangt. Auch weil die Quellen im Internet, die Universität Rochester zum Beispiel, die veröffentlichen relativ schnell Informationen zu Supernovae. Wenn eine neue entdeckt wurde, dann werden die anfangs auch immer noch falsch einsortiert. Und so ist das uns auch in mindestens einem Fall gelungen, da auf die falsche Fährte gesetzt zu haben und bei der Lichtkurve dann nicht auf, ja, oder wir konnten nicht bestätigen, dass es sich dann um eine Supernova vom Typ 1a handelt. Ja, wir haben die Lichtkurven aufgenommen. Wir haben mit Serial die Bilder dann analysiert. Ja, wir haben die, einerseits hatten wir das Problem, da sehen Sie hier noch so ein Python-Skript, ein Eingabefenster. Wir hatten dann das Problem, dass wir zum Beispiel in dem LCO-Netzwerk nach einer gewissen Zeit geben die Universitäten dann auch ihre Daten frei und dann findet man dort eine ganze Menge Aufnahmen von zum Beispiel der Galaxie mit der Supernova, die man gerade untersuchen möchte. Aber häufig sind die Spektralbereiche, in denen die aufgenommen werden, nicht geeignet, um hinterher eine Lichtkurve zu erstellen. Bei einer Supernova vom Typ 1a ist es am sinnvollsten, die im blauen Spektralbereich aufzunehmen, weil dort das Helligkeitsmaximum am wenigsten schwankt. Das heißt, man musste irgendwie ein Skript schreiben, was diese ganzen Bilder, die gemacht wurden, die man aber nicht gebrauchen konnte, dann irgendwie rausschmeißt und dann sortiert, dass man dann hinterher die Bilder stecken kann, um die Helligkeiten dann entsprechend zu bestimmen. Dann kam ein nächstes Problem dazu. In den meisten Sternenkatalogen, in vielen Sternenkatalogen, findet man von vielen schwachen Sternen, die man dann als Vergleichssterne nutzt, keine Helligkeiten mehr. Also wir bewegen uns hier im Bereich 14., manchmal 15. Größenordnung. Das geht dann in die 12. Größenordnung über, aber das ist schon nicht so ganz einfach da immer. Ja, dann haben wir also die Bilder gestackt und anschließend haben wir die Helligkeit, die scheinbare Helligkeit mit drei Vergleichssternen bestimmt. Das sah dann im Prinzip so aus, dass man irgendwelche Exit-Tabellen dann erstellt hat, wo man immer von drei Sternen, die man hier oben links bezeichnet sieht, die Vergleichshelligkeiten, von denen man die Helligkeiten kannte und dann im Vergleich dazu die Helligkeit der Supernova gemessen hat. Und dann hat man über das Entfernungsmodul letztendlich dann die absolute Helligkeit der Supernova im Blauen bestimmt und konnte dann so eine Lichtkurve auftragen. Und wie man das hier sieht, ist das schon eine ganze Menge an Daten, die man da zusammentragen musste. Aber interessant war eigentlich nur dann im Weiteren der Punkt maximaler Helligkeit dann für die Rechnung, für die Bestimmung der Hubble-Konstante, für die hier oben links dann gekennzeichnet und für die Kennzeichnung des Typs der Supernova war halt wichtig, dass wir hier eine Knickstelle haben, nach ungefähr 40 Tagen. Das war sozusagen der Punkt, den wir über die Lichtkurven erreichen wollten. Wir wollten über die Lichtkurven sicherstellen, dass wir einerseits die Blauhelligkeit, das Maximum der Blauhelligkeit bestimmen können und wir wollten hier möglichst einen Knick sehen und wir wollten dann natürlich resultierend die Entfernung der Supernova und damit der Galaxie letztendlich bestimmen. Das war das Ziel. Ja, das ist uns für einige Supernovae auch gelungen. Ja, da oben ist auch eine verzeichnet, ganz oben die oberste, das war eine vom Typ 2 dann an der Stelle und dann haben wir auch die Entfernungen der Supernovae in Megaparsec notiert. Sie sehen an der Zeit, dass wir da schon ein paar Jahre daran gearbeitet haben. Von daher war es auch, glaube ich, ganz sinnvoll, das immer mal wieder auch nicht in Präsenz tun zu müssen, sondern eben die Teleskope auch von zu Hause mit Aufträgen bestücken zu können. Nochmal eine kleine Randbemerkung. Wir haben es heute Morgen ja auch schon gehört. Bei den Supernovae vom Typ 1a gibt es im Prinzip zwei wesentliche Prozesse, die Kennzeichen, dass es sich um eine Supernova vom Typ 1a handelt. Das ist ja immer der Ausgangspunkt, dass man zwei weiße Zwerge hat, die entweder umeinander kreisen und dann kollidieren oder der zweite Fall wäre, dass man einen weißen Zwerg hat und der von einem zweiten Sternmasse akkretiert. Um sicher sein zu können, dass es sich wirklich um eine Supernova vom Typ 1a handelt, haben wir dann später auch immer noch Spektren aufgenommen. Das haben wir auch wiederum mit den Vorkesteleskopen gemacht oder mit unserem Dados am 1-Meter-Teleskop und haben dann so Spektren, wie man sie hier schon sieht, gesehen, wobei die Bezeichnung hier, glaube ich, Silizium-2 heißen müssten. Da sage ich gleich später noch was zu. Das war einfach dann eine zusätzliche Sicherheit, mit der wir unsere Arbeit bei den Lichtkurven im Prinzip absichern wollten. Ja, wenn man die Spektren mit den Vorkesteleskopen aufnimmt, dann hat man die, mittlerweile kriegt man sie auch kalibriert. Das ist sehr, sehr viel angenehmer. Damals hat man sie anfangs noch nicht kalibriert bekommen, dann waren sie auch noch so schön gebogen. Das heißt, man hat wirklich große Schwierigkeiten gehabt, die überhaupt nachher zu kalibrieren und auswerten zu können. Man muss dann zum Beispiel hier in dem Spektrum ein Kontinuum reinlegen, so eine Ausgleichsfunktion, sodass man exakt den tiefsten Punkt bestimmen kann. Das haben wir nachher mit Bass gemacht. Da waren wir auch anfangs totale Laien. Mittlerweile würde ich sagen, sind ein, zwei meiner Schüler da viel fitter, als ich das bin. Aber das ist ja eigentlich total nett, wenn die das Wissen dann aufnehmen und auch weitergeben. Der Dados, den man hier sieht, hier ist er an einem kleinen Spiegel-Teleskop dran. Das ist eigentlich nicht eine Aufnahme gewesen, die wir hier jetzt verwerten konnten. Wir haben den Dados immer am 1-Meter-Teleskop gehabt und hatten natürlich auch keine Kennen da dran, sondern hatten da eine QAY-268 dran, die monochrom, aber mit einem sehr großen Chip uns gute Dienste geleistet hat. Wie ging es weiter? Das war im Prinzip der erste Teil. Da waren noch die drei Schüler ganz engagiert dabei. Die haben sich dann verabschiedet. Nach den Lichtkurven hat ihnen das ausgereicht. Da hatten sie genug von der Thematik. Nur der Max, der hat, Max Alts, der hat durchgehalten und hat gesagt, ach, vielleicht könnte man ja darüber, über die Lichtkurven doch noch die Hubble-Konstante bestimmen. Und dann wollte er das eigentlich probieren und das haben wir dann zusammen gemacht. Die kosmologische Rotverschiebung dann für die Bestimmung der Hubble-Konstante erhalten wollen, dann brauchen wir die Spektren wieder, aber dann haben wir verschiedene Prozesse, die da eine Rolle spielen. Wir haben natürlich einerseits die Ausdehnung des Universums, aber wir haben natürlich auch eine Relativbewegung der Supernova, von der wir nicht wissen, ob sie sich auf uns zu bewegt oder ob sie sich von uns weg bewegt. Dieser Fehler ist auch in all diesen Messwerten immer noch drin. Das ist hier in der Skizze im Prinzip durch die vier in verschiedene Richtungen zeigenden Pfeile gekennzeichnet. Dieser Fehler, den konnten wir bisher nicht eliminieren. Da wäre nochmal eine interessante Frage, wie wir da weiterkommen könnten. Aber was wir natürlich auch haben, wir haben durch die Supernova-Explosion natürlich eine Blauverschiebung, also das ist, was ich eben genannt habe, das sieht man hier oben unter Rot- oder Blauverschiebung durch Eigenbewegung der Supernova. Das, was wir allerdings bestimmen können, ist die Blauverschiebung durch die Supernova-Explosion selber. Und da gab es eine interessante Studie, die festgestellt hat, dass all die 1a Supernovae ihre Materie mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 11.000 km pro Sekunde aussehen. Und das haben wir interessanterweise, günstigerweise für uns auch im blauen Bereich, im blauen Spektralbereich auch untersucht. Was haben wir dann gemacht? Wir haben die kosmologische Rotverschiebung bestimmt, indem wir in den Spektren, die Spektren so ausgewertet haben, ja, das ist das Spektrum, was wir gemessen hatten. Und die Wellenlänge, die wir hier jetzt bestimmt haben, das ist ja eine Wellenlänge, die gegenüber der Laborwellenlänge blau verschoben ist. Und dann mussten wir die korrigieren, entsprechend dem, wie wir das oben hier gerade, oder wie ich das oben eben gerade diskutiert habe. Dann konnten wir darüber die Rotverschiebung, Sie sehen, die Rotverschiebungen sind unheimlich klein, und dann in der Folge die Fluchtgeschwindigkeiten der Supernovae bestimmen. Ich glaube, das sollte klar sein. Und jetzt habe ich hier ergänzt, die Retschiffs und die Geschwindigkeiten, die Fluchtgeschwindigkeiten der aufgezeichneten Supernovae. Und da sehen wir schon eine ganz schöne Schwankungsbreite. Und wenn man jetzt die Fluchtgeschwindigkeit über der Entfernung aufträgt, dann kriegt man eine GR-artige Darstellung. Und wenn man da die Ausgleichsgerade reinlegt, dann kann man da die Hubble-Konstante bestimmen. Und wenn man sich das, kann man auch das Alter des Weltärztes natürlich dann bestimmen. Und wenn man sich die Werte anguckt, die Max dann letztendlich bestimmt hat, dann stimmen die relativ gut mit den Werten überein, die in der Wissenschaft heute als akzeptiert gelten. Wobei wir auch gesehen haben, dass wir einen relativ großen Fehlerbalken noch drin haben. Das war das, was ich Ihnen vorstellen wollte.